Und Prinz. Schlüssel, Prinzessin, Prinz, König. Schlüssel, Prinzessin, Prinz, König, Königin. Schlüssel, Prinzessin, Prinz, König, Königin, Krone. Schlüssel... Prinzessin, Prinz, König, Königin, Krone, Schatz. Schlüssel, Prinzessin, Prinz, König, Königin, Krone, Schatz, Gold. Schlüssel, Prinzessin, Prinz, König, Königin, Schatz, Gold. Die Krone hat gefehlt. Das sind acht Punkte. Das sind acht Punkte von zwölf möglichen. Eine Riesenleistung für die Gelben. Tja, nehmt mal die Kopfhörer ab. Also was hier gekommen ist, das war mit viel Fantasie überlegt. Auch wenn nachher einer fehlte. Aber das müsst ihr erstmal besser machen. Acht Punkte haben die bekommen. Dreht euch zueinander. Schaut euch tief in die Augen. Und denkt dran, die Worte nochmal zu wiederholen, die der andere schon gesagt hat. Sonst ist das Spiel sofort zu Ende. Und ich frage auch euch jetzt. Was gehört alles in ein Schloss? Prinzessin. Prinzessin, König. Prinzessin, König, Prinz. Prinzessin, König, Prinz, Stuhl. Prinzessin, König, Prinz, Stuhl, Königin. Prinzessin, König, Prinz, Stuhl, Königin, Lampe. Prinzessin, König, Prinz, Stuhl, Königin, Lampe. und Prinz. Der Prinz ist doppelt, das sind sechs Punkte. Sechs Punkte fürs rote Team. Kann auch zwei Prinzen geben, aber doppelt zählt bei uns leider nicht. Wir haben einen Zwischenstand. Das rote Team führt mit 30 zu 20 die Jugendmusikschule aus Mannheim. Wir spielen jetzt Musikbox, denn jetzt wird's musikalisch. Ihr beiden, Anke und Christine, kommt mal mit mir mit zu unserem Videowand. Jetzt wird wieder gepfiffen, getrötet, gescheppert. Und das in einer bestimmten Reihenfolge. Denn wir haben wieder ein Musikstück zusammen gemixt. Das wird unser Discjockey gleich abfahren. Ihr merkt euch einfach nur die Reihenfolge. Und die sollt ihr dann wiedergeben an der Wand dort. Wenn du als Erste fertig bist, ist das Spiel vorbei. Oder wenn du als Erste fertig bist, ist das Spiel auch gestoppt. Okay, hier ist die Musik, passt genau auf. 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 Okay, hier ist die Musik, passt genau auf.